Bandley Continental GT So heißt seit 2003 das Einstiegsmodell der britischen Traditionsmarke. Allradantrieb, aktuell 575 12 Zylinder PS und eine ruhige majestätische Linienführung machen dieses Luxus-Coupé zu einem Traumwagen, der ganzjährig nutzbar ist. Nun steht der Continental GT V8 vor dem Verkaufsstart. Äußerlich nur in Details verändert, das Bandley B steht zum Beispiel auf rotem Grund, trägt er unter der Motorhaube ein komplett neues Triebwerk. Zwei Turbolader verhelfen dem 4 Liter V8 zu 507 PS. Die reichen locker für 300 kmh Spitze und eindrucksvolle Beschleunigung bei jedem Tempo. Gewohnt stilvoll, das Interieur. Erstaunlich niedrig, der Normverbrauch von nur 10,5 Litern Super Plus. Wie erwartet hoch, der Preis. 161.840 Euro kostet das Coupé, 178.024 Euro das Cabriolet. 12.021 Euro kostet das Coupé. Untertitelung des ZDF, 2020